Meine Outdoor-Kleidung habe ich bis jetzt nach dem Waschen immer aufgehängt, um zu trocknen. Die Hightech-Gewebe müssen ja einiges aushalten. Schnee in jeder Form abweisen, Wind abwehren. Die Feuchtigkeit muss verdunsten können, aber das Wasser darf nicht rein. Ich werde nie auf die Idee kommen, so heikle Textilien einfach in Tumbler zu rühren. Aber seit kurzem mache ich es, weil man es jetzt kann. Dank dem hier. Hey, kannst du auch mal etwas sagen? Es ist halt ein bisschen ruhiger. Das neue Absolute-Care-System der Beschützer anspruchsvoller Outdoor-Bekleidung von Electrolux.